Diese Geschichte ist nur eine Creepypasta. Sie ist komplett fiktiv und sollte von niemandem ernst genommen werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß noch nicht mal, ob irgendwas hier von real ist. Ich erzähle dir das alles nur, damit du die Wahrheit kennst und um deine Sicherheit zu gewährleisten. Nimm das hier nicht als Geschichte. Nimm es als eine Warnung. Seit meiner Kindheit liebte ich Pokémon. Ich liebte, dass man mit anderen Menschen zusammen spielen konnte und es so viel Spaß machte. Die Charaktere, die Kreaturen, die Welten, sie alle zogen mich in ihren Bann. Du kannst dir nun wahrscheinlich vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich erfuhr, dass es bald möglich sein sollte, Pokémon in real life zu spielen. Man reist durch die Gegend, sieht seine Lieblings-Pokémon in der echten Welt, trifft sich mit anderen Leuten, die das gleiche Spiel spielen. Es war, als würde ein Traum in Erfüllung gehen. Als es dann endlich verfügbar wurde, begann ich natürlich sofort, es zu downloaden. Bei dem Gedanken daran, wie viel Spaß ich mit der neuen App haben würde, begann ich regelrecht zu zittern. Wie ich später erfuhr, hätte ich aus einem ganz anderen Grund zittern sollen. Letzte Nacht lag ich wieder mal im Bett und spielte mit meinem Handy rum. Ich öffnete Pokémon Go, um die Items des lokalen Pokéstops abzugrasen, der gerade nah genug beim Zimmer lag, um ihn von dort aus abzurufen. Nachdem ich ein paar Pokébälle eingesackt hatte, entschloss ich mich, den in meiner Nähe-Tab zu checken und zu sehen, ob sich ein seltenes Pokémon in der Nähe befand. Und dann sah ich es. Es bestand aus einem Kreuz und einem Dreieck, das auf der Spitze steht. Unter dem Symbol befanden sich drei Fußstapfen. Das bedeutete, dass ich weit weg befand. Und merkwürdig, dachte ich, das sieht definitiv nicht wie ein Pokémon aus. Ich tat es als grafischen Glitch ab, schließlich ist Pokémon Go nicht gerade frei von Glitches. Vielleicht war es aber auch ein Easter Egg, Anspielung auf die Econito. Ich machte einen Screenshot davon und sendete es meiner guten Freundin Julie und fragte sie, ob sie schon mal sowas gesehen hatte. Julie, die sich für Astrologie interessierte, erzählte mir, dass das Symbol des Hanged Man war. Du interpretierst dazu viel hinein, schrieb ich ihr. Doch sie ließ sich davon nicht beirren. Sie meinte das Symbolstunde für Loslassen und Opfern. Das ist mehr als nur merkwürdig. Was macht ein Tarotkartensymbol in einem Pokémon-Spiel? Aber wahrscheinlich war es wirklich nur irgendein Glitch. Ich schrieb Julie gute Nacht und versuchte einzuschlafen. Ich lag im Bett, schloss meine Augen und begann einzuschlummern, bis mein Handy sich mehrmals meldete. Langsam bereute ich es, mich mit Julie angefreundet zu haben. Verärgert griff ich nach meinem Handy, um zu sehen, was sie mir geschrieben hatte. Du musst das Ding abchecken. Geh dem nach. Vielleicht hast du eine Entdeckung gemacht. Was ist, wenn du der Erste bist, der dieses Ding gesehen hat? Mein Gefühl sagt mir, du bist da nach wirklich aufregendem dran. Sie hat wohl nie auf damit. Julie ging immer ein wenig zu weit mit sowas. Ich stellte mein Handy auf lautlos und versuchte wieder zu schlafen. Doch beim Versuchen blieb es auch. Die Frage, was das mysteriöse Symbol bedeuten könnte, beschäftigte mich einfach viel zu sehr. So nervtötend Julie auch war, könnte sie vielleicht recht haben. Das könnte das nächste große Pokémon-Mysterium sein. Und so eröffnete sich Pokémon Go, auch wenn ein Teil von mir mich dafür hasste. Ich klickte auf den In-Miner-Nähe-Tab, zu sehen, ob das mysteriöse Etwas immer noch da war. Das war's. Doch nun war es nur noch zwei Fußstapfen entfernt. Und was bedeutete, dass es nun näher war als zuvor? Seltsam, dachte ich. Ich hab noch nie erlebt, dass ein Pokémon sich mir einfach so nähert. Was soll das alles? Das Symbol der Opferung erscheint beim Spiel und kommt nun zu mir? Da ich nun sowieso zu aufgeregt war, einschlafen zu können, versuchte ich etwas mehr über diesen Hanged Man herauszufinden. Der Hanged Man wird als die mysteriöseste Karte eines Tarot-Decks beschrieben. Es deutet darauf hin, dass Opfern oder Aufgeben die beste Option ist. Ich fand das ziemlich interessant. Wenn Aufgeben also die beste Option ist, soll ich es einfach dabei belassen? Ich wollte, aber auf der anderen Seite war ich zu sehr fasziniert von dieser Sache. Das Symbol steht in totalem Widerspruch zu allem, wofür Pokémon steht. Die Entwickler hätten das niemals absichtlich ins Spiel programmiert. Ich war total in Gedanken verloren, als ich auf einmal ein lautes Stöhnen aus dem Zimmer meiner Eltern hörte. Bäh, das sind wahrscheinlich meine Eltern, die gerade Sex haben. Das wäre nicht das erste Mal, wie ich sie aus Versehen dabei sehen würde. Nun hatte ich neben dem mysteriösen Symbol also noch einen weiteren Grund, nach draußen zu gehen. Ich startete die Pokémon-Go-App und öffnete den in meiner Nähe-Tab, wobei ich selbst ein leises Stöhnen von mir gab. Das Ding war nur noch ein Fußstab von mir entfernt. Es war nun ganz in meiner Nähe. Wie oft kommt sowas schon vor? Sagte ich zu mir selbst. Das Ding bewegte sich von sehr weit weg zu ganz in der Nähe, komplett von alleine. So funktioniert das Spiel einfach nicht. Ein schreckliches Gefühl überkam ich. Ich musste aus dem Haus raus. Ich tippelte vor meinem Zimmer in Richtung Haustür, wobei ich in dem Zimmer meiner Eltern vorbei musste. Ihrem schweren Atmen nachzuurteilen, waren sie wohl immer noch bei der Sache, sodass ich mich problemlos an ihrem Zimmer vorbeischleichen konnte. Ich wollte das Ding unbedingt finden, aber gleichzeitig wollte ich auch, dass das Ding endlich weggeht. Wie konnte so etwas sein? Es war, als würde es absichtlich auf mich zukommen. Endlich war ich draußen. Wenn dieses Ding sich zu meinem Haus bewegte, wollte ich weg davon. So lief ich zum nächsten Pokéstop und verwalte dort. Ich ergriff mein Handy. Ich musste einfach wissen, ob der Hankman immer noch in meiner Nähe war. Mein Daumen glitt in Richtung des In-der-Nähe-Button. Ich wollte es unbedingt wissen. Ich realisierte, wie dumm ich wahrscheinlich war. Es war nur Pokémon, Gottverdammt. Aber trotzdem, irgendwie fühlte ich, als hätte ich es mit etwas wirklich Schrecklichem zu tun. Ich zögerte noch eine ganze Weile, bevor ich auf den Button drückte. Doch nicht, ohne vor meine Augen zu schließen. Ich öffnete sie, doch glaubte es nicht, was ich sah. Es war komplett verschwunden. Nichts befand sich meiner Nähe, aus einem Blutzuck und einem Pummelhof. Ich soffte Verleichterung und fühlte mich wie ein absoluter Vollidiot. Es ist Pokémon. Das war kein auf einem astrologischen Zeichen basierendes, höheres Wesen, das mich heimsuchte. Es war nur ein glitschender Grafik. Nicht mehr und nicht weniger. Nur die Auswüchse meiner Fantasie. Während ich darüber lachte, wie viel Angst ich noch einen Moment zuvor gehabt hatte, ging ich wieder nach Hause. Als ich dort angekommen war, schlich ich mich wieder zurück in Richtung meines Zimmers, wobei ich erneut an dem Zimmer meiner Eltern vorbei musste. Der fehlenden Geräusche nachzurteilen, waren sie wohl fertig. Allerdings müssten ja trotzdem ein paar Geräusche zu hören sein, denn da das Licht noch an war, mussten sie noch wach sein. Ich fand es merkwürdig, so klopfte ich an die Tür. Keine Reaktion. Ein ungutes Gefühl überkam ich, Ich begann vorsichtig, die Tür zu öffnen. Das Quietschen der Tür beschaffte mir eine Gänsehaut und der kalte Luftzug vom Inneren des Zimmers ließ meine Haare zu Berge stehen. Aber der Anblick, den ich mir zeigte, als die Tür geöffnet war, ließ mein Herz regelrecht zu Boden sinken. Tränen füllten meine Augen, meine Sicht wurde verschwommen, mein Kopf brummte. Mir gegenüber lag meine Eltern in einer Lache aus ihrem eigenen Blut. Ich stürzte zu Boden. Die Kehlen waren komplett aufgeschlitzt. Blut klebte überall in den Wänden und auf dem Boden. Mein Verstand setzte für einen Moment aus. Das kann nicht real sein, versuchte ich mir einzureden. Der Schock erfasste meinen ganzen Körper. Ich kniete einfach da und starrte die Leichen meiner Eltern an. Es fühlte sich an, als ob mein Körper sich abschalten würde. Erst als ich nach oben blickte, bemerkte ich es. Mit groben Strichen war es an die Wand über meinen toten Eltern gemalt. Das Symbol. Ich hatte recht gehabt. Julia hatte recht gehabt. Es war kein Glitch. Es war kein Produkt meiner Fantasie. Es war es, das meine Eltern tötete. Zorn machte sich mir breit. Ich griff nach meinem Handy, bereit die Polizei zu rufen. Wer auch immer, oder was auch immer, meine Eltern auf dem Gewissen hat, kann auch nicht weit sein. Ich entsperrte mein Handy und wie üblich öffnete es automatisch die zuletzt geöffnete App. In diesem Fall Pokémon Go. Was ich dann sah, ist mir mein Handy auf dem blutgetränkten Boden fallen lassen. Das Symbol des Hankman, es war direkt hinter mir. Ich klickte es an, so wie man es bei einem Pokémon in Reichweite tun würde. Ich starte eine Weile in Bildschirma an, darauf warten, dass etwas passiert. Nichts. Langsam drehte ich mich um, zum Zerreißen angespannt darauf, was ich nun sehen würde, aber auch so voller Panik, dass ich mich am liebsten irgendwo versteckt und das alles vergessen hätte. Ich drehte mich also um, langsam wie eine Schnecke, in Richtung der Zimmertür, wo das Ding sich laut der Karte gerade befinden sollte. Vor mir erstreckte sich die grausige Finsternis des Hausflures, aber kein Hankman. Ich zitterte vor Angst bei dem Gedanken, was dann der Dunkelheit auf mich lauern könnte, als zwei dreckige, mit langen Nägeln besetzte Hände von der Decke aus nach mir griffen. Es packte meinen Kopf und zog mich an meinen Haaren in die Luft. Ich schrie vor Schmerz. Mein Körper schwang frei im Raum umher, wenn ich mir wild um mich trat. Ich war wie eine Fliege, die hilflos im Netz einer Spinne gefangen war. In diesem Moment war ich der Hankman. Ich hob meine Nägel in die papierartige Haut des Wesens und durchstach sein Fleisch, so wie das Ding es mit meinen Eltern getan hatte. Das Geschöpf ließ einen unmenschlichen Schrei von sich, wenn es mich fallen ließ. Meine Hände waren bedeckt von Blut. Ich blickte an die Decke, bevor das Wesen hang. Es starrte mit seinen schwarzen Augen auf mich herab. Seine strähnigen, langen Haare waren pechschwarz. Seine Füße waren zusammengebunden und an die Decke gefesselt. Es grinste und präsentierte mir dabei seine messerscharfen Zähne. Ich starrte es an, wie ein Kind, das vor seinem mit dem schimpfenden Vater steht. Ich fühlte mich kleiner als jetzt davor. Mit seinen langen, scharfen Nägeln schnitt es das Seil durch, das er an der Decke gehalten hatte. Auf allen Vieren kroch es mit unmenschlicher Geschwindigkeit aus dem Raum heraus, wobei es eine Spur seines eigenen Blutes hinter sich zog. Ich hoffnete Pokémon Go und checkte den in der Nähe ab. Einen Fußstapfen entfernt, zwei Fußstapfen entfernt, drei Fußstapfen entfernt. Und dann war es einfach verschwunden. Ich rief die Polizei. Immer wieder checkte ich den in der Nähe tab, besorgt darüber, dass er vielleicht zurückkommen könnte. Und das tue ich noch immer. So im Namen von allem, das heilig ist, lösche Pokémon Go. Zögere nicht, nimm diese Nachricht nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, ich hätte es niemals downloaden sollen. Also, lern aus meinen Fehlern. Oder du wirst schon bald das nächste Opfer des Hankman sein. So, ich hoffe, diese Creepbuster hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einem Like und einem Abo. Checkt doch auch mal das 5000-Abo-Special aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also dann, bis zum nächsten Video. Euer Tintenbaron. Ausatmahlen. Ja. Ja.